Ich starte jetzt den zweiten Teil des Videos. Die Fahrt bei Schnee von Mörs nach Duisburg mit der SB30. Auch die ehemalige B60 wurde noch nicht gestreut bis zum Weißen geräumt. Deshalb muss der Bus auch auf diesem Strecke abstehen. Wir fahren sehr langsam. Normal wäre ich ja 70 kmh erlaubt. Allerdings ist die Fahrbahn richtig, richtig glatt. Und wir fahren doch wahrscheinlich doch nicht über diese Autobahn, sondern über diese ehemalige Bundesstraße. Und wir unterqueren gerade die Bahnstrecke St. Gallhausen-Düßburg. Ungefähr der Post jetzt an der Das ist die Schusser. Und das ist natürlich nicht so, dass wir zu uns haben. Und wir werden hier auch nicht mehr so ein bisschen. Und wir werden hier auch nicht mehr schlippen. Und wir werden hier auch nicht mehr schlippen. Das ist hier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat das hier etwas mit Wasser zu tun, mit dem Inkwasser. Vielleicht fahren wir doch gleich auf dieser Autobahn. Nehme ich an der Abzugstelle in Duisburg von außen, Nord-Ost. Hallo. Hallo. Was denn? Ich mache schon hier schon wieder mit dem Stopp. Bis gleich.